Aber wirst du da nicht gleich hier? Wird das nicht geclaimed? Nee, gar nicht. Also ist kein Problem. Keine Urheberrechtsverletzung. Ähm, wahrscheinlich weil die Dinger so alt sind, äh, da guckt da keiner drauf oder so. Ja, mal schnell. Ja, geh hier aus dem Wasser raus. Oh, der ist so langsam in meinem Wasser. So, ach, da hinten ist sie schon. Hat er oben. Ja, da können wir den, hat er oben ist ja schon wie so eine Saatenmutter hier, aber da kümmere ich mich jetzt mal drum. Oh Gott. Die mache ich gleich von ihr platt. Sehr gut, jetzt ist sie tot, oder? Ja. Du hast sie auch drauf geschossen, ne? Ja, ich habe einmal drauf geschossen, weil ich, eigentlich, wenn man sie am Kopf trifft, ne, dann ist sie gleich hinüber, aber... Hm. Schießt du, ne? Ja. Achso, das sind die, den kann ich ja messern, ja, ne? Ja, diese gepanzerten Kanzel ist. Sehr gut. Geklatscht. So. Oh! Wir werden geschossen, glaube ich. Scheiße. Ich weiß noch nicht, von wo hast du irgendwas gehört, gesehen? Ne, ich hätte gedacht, von, von, äh, links hinter mir. Ich weiß noch gar nicht, ob der überhaupt auf uns geschossen hat. Ja, kann sein, ja, durch Zufall irgendwie. Warst du das? Ja. Okay. Ich habe geschossen. Na gut. Hier gibt es Munition. Das sieht ja schon fast so aus, als wenn ihr ein Endgegner drin wäre. So, der wird jetzt gemessert, zack, genau. Richtig. Okay, wir müssen einfach weiter, ne? Ein bisschen ein Tor. Ach, hier. Oh, jetzt sind sie schon mal ein bisschen näher dran, glaube ich. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich die rechts höre. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ja, ist manchmal schwer. Ich glaube, so ein bisschen rechts, ne? Mhm. Wahrscheinlich schon wieder weg. Ich komme, ja, vor uns ein bisschen weiter links, irgendwie, ne? Ja, genau. Ja, wahrscheinlich ist das schon die Spinne, ne? Mhm. Oh, das hört sich aber sehr nah an. Ja. Oh, das war nicht. Du weißt, ich musste hier winkeln. Okay. Jetzt wissen sie auch, wo wir sind. Weißt du das? Ja. Ja. Ich habe... Ich habe ein Fass abgeballert. Die sind doch ein bisschen weiter weg. Ja. Ja. Oder die... Oder die haben sich wieder aufgeteilt. So, aufgelöst. Ach du Scheiße, es ist voll weit weg. Jetzt höre ich sie auch rechts irgendwo, aber auch wirklich weit weg. Wahrscheinlich, ich nehme mal an, dass die schon da sind bei der Spinne. Mhm. Also, diese Spinne ist aber auch echt scheiße, irgendwie. Das finde ich auch. Ja. Ja, mittlerweile habe ich mich... Oh, das ist ja wieder ziemlich nah. Ja. Ja. Ja, die sind hier direkt vor uns. Ja. 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 Scheiße, ich wollte das echt vermeiden, weil diese Typen da vor uns sind, aber... Okay, jetzt ist nämlich Ruhe bei denen, ne? Ja, jetzt wissen sie, dass wir da sind. Okay. Ja. 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 Ja, gut, ne? Alter, gleich Kopfschuss, ey. Die sind nicht schlecht. No. Jaså. Ja.